Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den HP Pavilion Gaming TG01-0024NG Gaming Desktop. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieser Zockerrechner für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Zockerrechner werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Gaming nach wie vor ein riesengroßes Thema, das ist bekannt. Und hierbei mitzumischen, dafür ist natürlich die richtige Gerätschaft sehr wichtig. Viele Zocker sind sich unsicher, ob sie sich für einen Laptop oder einen Rechner entscheiden sollen. Auf dieses Thema können wir am Ende dieses Videos auch nochmal eingehen. Was diesen HP Pavilion Gaming TG01-0024NG Gaming Desktop PC anbetrifft, so finde ich ihn preislich sehr fair, was die technische Ausstattung anbetrifft. Ich meine, beim Rechner geht es natürlich in erster Linie um die technische Ausstattung, ob du den jetzt designtechnisch schick findest oder nicht. Das ist immer eine Geschmacksfrage. Ich meine, Optik bei Gaming-Zubehör muss man sagen, wird schon wichtiger. Aber ich schaue eigentlich immer lieber auf die technischen Ausstattungsmerkmale. Und meiner Einschätzung nach können die sich hier auf jeden Fall sehen lassen. Wir haben Prozessor AMD Ryzen 7 3700X, Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 1660 Super in Klammern 6GB GDDR6. Also in Sachen Prozessor und Grafikkarte, finde ich, kann, braucht sich dieser Zockerrechner zu dem Preis nicht verstecken. Meiner Einschätzung nach ein faires Angebot. Ob es für dich der passende Zockerrechner ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige Gaming-Rechner auf dem Markt. Also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welcher am besten zu deinen Vorstellungen passt. Aber ich finde, es kann sich durchaus sehen lassen, was hier aus dem Hause HP geboten wird. Wurde ich persönlich so in etwa ins günstige Mittelfeld für Gaming-Rechner einordnen preislich. Das ist aber auch natürlich immer eine Ansichtssache, ob du den jetzt für günstig oder für teuer hältst. Das kann wirklich jeder Zocker selbst entscheiden, wie bereits gesagt, meine Einordnung so ins günstige Mittelfeld. Und vor allem in Bezug auf Prozessor und so weiter. Also diese ganzen technischen Eigenschaften kannst du ja auch selber nochmal durchlesen hier auf der Angebotseite. Da brauchen wir jetzt nicht ewig hier drüber zu reden. Aber ich finde, gerade in Bezug dessen kann sich der preislich sehen lassen. Wenn man vielleicht sagt, so ein super High-End Gaming-Rechner ist mir zu teuer, der mehrere tausend Euro zum Beispiel kostet. Wenn man sagt, da hätte ich lieber vielleicht etwas günstigeres, aber schon einen guten Gaming-Rechner. Ich finde, in so einem Moment könnte dieser hier aus dem Hause HP durchaus interessant sein. Aber ganz klar, ob du jetzt sagst, der passende für dich oder nicht, das ist deine freie Entscheidung. Ach ja, ich wollte nochmal, ach wie bereits gesagt, das Amazon-Angebot zu dem Rechner verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Aber wir wollten ja nochmal sprechen über das Thema Gaming-Laptop oder Gaming-Rechner. Und das lässt sich eigentlich relativ kurz behandeln. Also bei einem Gaming-Laptop hast du den Vorteil der Flexibilität. Den kannst du mal in der Uni einsetzen, mal Besuch bei Freunden, bei Familie, im Zug, wo auch immer. Wenn du allerdings eine kleine Zockerecke dir in deinem Zimmer eingerichtet hast, wo du eh immer am selben Platz spielst, dann finde ich, ist der Gaming-Desktop viel, viel besser geeignet. Weil du da einfach den Platz, den du sowieso hast, besser nutzen kannst in Sachen Leistung und so weiter. Also normalerweise, so ein Gaming-Zimmer arbeitet eigentlich eher mal mit Desktop-PCs und dann halt Monitoren, mehreren meistens. Kann auch ein Curved-Monitor sein, je nachdem, worauf man halt Bock hat. Und Gaming-Laptops haben halt wirklich den Vorteil der Flexibilität. Kannst du mal hier im Zimmer, kannst du mal im Bett einsetzen, da, 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 wo du gerade willst. Aber wenn du dir so eine kleine Gaming-Ecke eingerechnet hast, bin ich. Der Ansicht ist so ein Zocker-Rechner die richtige Wahl. Aber auch das ist nur meine Einschätzung. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Video weiterhelfen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Alles Gute. Ciao.